Und dann werden wir noch mal einen wunderschönen guten Tag mit Ihnen, Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary, herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal und... Oh, wir können was herstellen. Oh, eine neue Keule. Bans, Goyle. Sieht ein bisschen nach wie sie, Keule aus, ne? Okay, ein bisschen raus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir werden, wir werden vergehen. Eine sehr schnelle Keule. Au. Ah, heilen, 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 heilen. Schnell heilen. Oh, ich kann ganz dringend. Okay, ganz dringend holt's. Wow, da greift's ja richtig schnell an. Wir entkommen aus dem Lager. Juhu, juhu, endlich. Oh, was ich jetzt hab, wirklich. Sehr gut. Befreit haben. Wir haben's geschafft. Juhu. Wir sind in der Story weitergekommen. Ja. Ja. Sehr interessant, dass sie sogar... Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, wie ich jetzt hab. Wie geht's da? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verletzt habe. Das ist ein Wettbewerb. Ui, ach du liebes Was? Da unten Okay, ähm Urki, der Denker, okay Urki, hallo Okay, liebe Freunde Ähm, ich würde sagen Ich schneide das noch an meine andere Folge dran Oder wir quatschen mal mit den ganzen Leuten hier Okay Okay Sehr schön Da ist unser Kumpel Ah, er hat ein Totem gebaut Was ist das? Kaku? Gagura, Pigi, Udamhazad Du antasaiwadaha, darwawai Sieht aber aus wie eine Eule So ein bisschen Oh, cool der Typ Weil er natürlich immer mit Ähm Pipi und Pupu Alles machen muss Finde ich ein bisschen lustig Okay Gut, äh Tensei Häm Dem standen wir auch noch einen Besuch ab Nein, wir trinken mal nichts Eine Suppe Quatsch nochmal mit ihm Oh nein, doch Er hat wieder eine Suppe Ich bin ein, was ich. Ich bin ein, was ich. Ich bin ein, was ich. Urs Apatia! Urs Apatia! Hi Kumpel! Wenn wir ein Gehirn gibt! Ach du Scheiße, wo sind wir jetzt wieder? Vision des Feuers, okay. Vorher hatten wir, glaube ich, diese Vision des Eises. Okay, verängstigte Isila. Oi. Okay. Hübsches Baby. Okay, Krati. Es ist Krati. Key, checkpoint. Okay. Ähm. Feuer von Krati. Das Feuer von Krati wird vor allem von, nee, von allen Isila gefürchtet. Heute mit den Ohrpfahl zu schießen. Okay. Um den Zorn der Sonne zu entfesseln. Füllen Tüte fünf Gegner, um das Feuer von Krati aufzuladen. Und einen mächtigen Dreifachschuss fährend, um deinen nächsten Schuss zu halten. Okay. Wow. Das wackelt hier sehr stark. Das wackelt hier sehr stark. Ah, jetzt habe ich den Dreifachbefeil. Okay. Ich bin jetzt wieder drei, nun. Ich bin Krati. Ihr will ich fürchten. Ich bin fast unbesiegbar. Okay. Irgendwie sehen die Dreifachbefeile ein bisschen blöd. Oh gut. Wir sind jetzt nicht. Was ist das? Bomben. Okay. Bomben. Oh, cool. Die Bomben verbrennen sogar. Zerstören wir die Steine. Wer ist denn? Okay. Okay, das habe ich jetzt geschafft. Blähm. Don't you? Ähm. Was? Okay. Wird sie den dreifach Schuss und den Mond zu zerschlagen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Nein, ne? Okay. Äh, okay, wir werden den Mond zerschlagen. Oh Gott. Wir sind vom hier. Oh Gott. 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 Das kriegt auch nicht mehr so. Was sonst denn jemand hier ohne Ticket? Ja. Okay, da kommen die Richtung an. So. Ach so. Ach so, Misty. Verdammt. Okay, das war gut. Ja. So. Hoi. Okay, wir gehen jetzt mal hin. Okay, die fürchten sich schon mal vor der Sonnenfinsternis. Okay. 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 Sie fürchten anscheinend entweder die Sonne oder der Zorn der Sonnengöttin oder irgendwie sowas. Würde ich jetzt vermuten. Vision des Feuers abgeschlossen. Tja. Und mit dieser herben Enttäuschung. Ne, mit dieser. Super. Und mit dieser herben Enttäuschung. Ne, mit dieser. Super. Ja. Das war's für heute. Okay. Auch mal. Alter, ein strangees Gebräu. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freundinnen und Freunde, das war es von dieser Folge. Ich werde demnächst mal ein paar Nebenmissionen wieder erledigen und vielleicht auch mal versuchen und auch vielleicht auch mal versuchen, einige Nebenmissionen zu machen und unser Dorf ausbauen. Vielleicht das Marmut hier versuchen zu zähmen. Beanspruch, diesen Ruheplatz. Achso, Lagerfeuer. Schwer. Schädel des Blutsammaus. Ah, das muss ich töten. Alles klar, das kann ich nicht zähmen. Aber ich wette den Bären, kann ich zähmen. Schneewolf. Alter, wie gibt's denn hier noch? Da würde ich sagen, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Geri. Und in der nächsten Folge machen wir den da auch fertig. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020